Musik Bei uns geht Top, Timo und Ryder mit Dr. Mundo Ich gehe mit Draven runter als Blitzgang, Trank und Draven Und Katrina wird in der Mitte spielen Mundo Vertrauen Er hat eine Spritze im Rücken, sehe ich gerade Ach nee Er ist ja auch Doktor Lustig Ja, Mundo Was kann man zum Mundo sagen? Ich glaube, war das nicht Mundo, der keinen Manner hat, sondern Leben für seine Fähigkeiten braucht, ja, ne? Das braucht Mordecaiser auch Ja, kann sein Boah, ich hätte auf Toilette gehen sollen Ja, alles klar Ich muss auf Toilette Dann geh, komm Nein, ich geh jetzt nicht auf Toilette Toilette, Klo Toilette WC Pisse 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 Soire 0,0 Eine Negerabseilen Keramikfabrik Was? Ach so, oh Nein War mal ins Weiße Haus bringen Ja Oh Gott, wir sind schon wieder auf RTL Und wir sind etwas, genau Das Niveau ist viel zu hoch für euch Ja, tschüss, tschüss So, Aufnahme abbrechen Kein Bock mehr Kein Bock mehr Ich muss auf AP spielen Was hast du denn empfohlen für den? Weiß ich nicht Dorans Schild Ich will dich aber So Sacht Mundo Sacht Mundo Ganz genau Ist gut Willkommen in der Kluft der Beschwörer Alles klar, wir seht Ja, das geht auf Leben Infiziertes Ball kostet 50 Leben Wenn ich damit treffe, krieg ich 25 wieder Oh mein Gott, das ist das Him Ich wollte einfach mal grad schnell reden Ich wollte einfach mal grad schnell reden Ich hab's nicht verstanden Ich hab grad so schnell geredet Dass ihr es wahrscheinlich nicht mal verstanden habt Was ich gesagt hab Was hast du denn gesagt? Du magst John nicht? Ach, schön Du, 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 du Ah, der wiffst so schön, der Blitzcranker Fünf Sekunden lang plus 40 Angriffsschaden Böse Boah, der tanzt Ah, wie keiner Der Blitzcranker Ah, ist wahr, nochmal Da, 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 da Geil Nein Eee, Badaela Eee, Makarena Da, 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 da Da, 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 da Zwei Flashes Eee, Makarena Was, zwei Flashes? Beide haben sich rausgeflasht Weil ich das mal Rap getroffen hab Aber da war Niederle selbst schuld dran Warte, ich red mal Guck, Nidalee wirft einen Speer hier rein Und ich grabbe zurück Und sie ist bei uns Sie flecht sich erstmal raus Wir rennen ins nächste Gebüsch Und Tristana flecht sich raus Oh shit LOL Ich bin tot Ey, wenn du den nicht kriegst Nein, mal hin Egal, ich hab getankt Entschuldigung, wenn ich wieder so oft draufgebe Letztes Game, naja, letztes Game ist gut Der Ton ist wieder abgekackt Ja Ich kauf So schön So schön So schön, um wahr zu sein So schön heißt das So schön Du bist doch so zu schön, ey Ich bin so schön Ich bin so schön Boah, ich hab letztens einen TGW gesehen TGW? TGW TGW? Blaues Zug? Blaues Zug Ja, aber in Frankfurt Stadion am Arsch der Welt, ne Da fährt ein TGW durch, voll episch Na, wie läuft's bei euch? Boah, ich hätte so fast gekriegt Grab Grab und Tod Mein Grab war perfekt Ich hab vorher gezielt Und hab drauf gewartet, bis er dort an die Stelle läuft, ne Ja, ist gut Oh, nett schon wieder, ey Komm schon Der Draven mag mich nicht, der will mich abhauen Juhu, meine Verbindung ist abgeschmiert Echt? Fristig Scheiße Ich hab jetzt meine Verbindung abgeschmiert Oh, scheiße Bam Ich verstehe den gar nicht so undeutlich spricht der Wer denn? Oh, Katrina hat mal wieder Lex Ach, echt? Ey, die haben immer Lex Ja, klar Masochismus Ich kommend Kommendu, echt? So lange es eben dauert Ich bleibe konzentriert Ich bleibe konzentriert Alles gut Gefällt mir Alter, wir die einfach mal alle Scheiße Ah Yes, komm Geil Ich muss zwar immer für ihn drauf gehen Aber dafür kriegt er immer die Kills Naja, komm Was sein muss, muss sein Was sein muss, muss sein Du bist so ruhig Du schweigst Warum schweigst du? Du bist tot Ah, fast Fast jetzt überlegen Draven? Ich fand Draven Nummer eins Nummer zwei ist weg Schade Aber gut Mitte geht Die klopzt Zehn Limm pro Sekunde Toll Haben die eigentlich Jungler? Wir? Ne, die haben keinen Ey, die haben alle abwechselnd Flash und Ignite Und bei uns hat nur ich noch Heal Anstatt Flash Äh, anstatt Knallt Geil anstatt Flash Wär dumm Ach, ich bin erst Level 3 Nicht so oft sterbe Naja, das kommt alles noch Ich bin Level 4 Das hat unser Draven Level 5 Gut Alter, die Fähigkeiten kosten Leben, Junge Das gibt's gar nicht Ich hab's aus dem Weg vom Draven gemacht So, was denn? Also, ähm Die Niederlehe kommt von hinten Oh, von hinten? Draven hat wenig Leben Muss wegrennen Und ich grab sie, dass sie an ihrem eigenen Turm ist Ach, geil Und der Draven kommt davon Das war ganz schön Nein Ich bin noch nicht schnell genug Das ist scheiße, ging zwei Fernkämpfer Ich weiß Einmal mal wehren und da ist unterwegs Mondo 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 ist unterwegs Der Doktor ist on his way Oh, der Doktor Mondo hat so coole Sprüche Oh, was geht denn mit mir? So Nein Alter, der Timo ist so Oberböse Aber ich geh immer für ihn drauf Aber ich hab einen Kill gemacht Ey, so Ja Ja Achso, ich leb schon wieder was Dann hol ich mir mal Ist klar Los geht's Ja, natürlich Leck Ja Ja, ey Ach, kommt Jetzt hört auf Das ist so der Standard Scheiß Ausreden Ich hab mich noch nie darüber beschwert Weil ich Lecks hatte Ich mein Ich hab auch nie Lecks Schau nicht Außer ich hab noch Ehe im Hintergrund laufen Hatte ich einmal Da hatte ich so Ultra Lecks Ja Eieieiei Ich muss immer für den Timo drauf gehen Was hat der Timo jetzt? Guck mal, der hat 5-1 Und ich geh immer für ihn drauf Und er kriegt ne Doppeltötung Okay Moment, ich muss mal kurz Nicht niesen Kommt zum Undo Oh, was? Ah, scheiße Ich hätte sie nicht grabben dürfen Okay, das war jetzt meine Schuld Ein Gegner wurde getötet So Nice Ich bin so schlecht mit Blitzcrank 031 Jetzt muss ich mich mal ein bisschen ranhalten Good job, you too Thanks Jetzt kommt bestimmt T-Y Nö Boah, ignorant Ach, schön Ey, aber echt geil, Gart Ich hab 035 Äh, 1-3-5 halb ich, aber Fünf Unterstützer und ein Timo Stop What, stop Keine Ahnung Stop Ich würd nur mal schauen Ah, ha, 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 ha Schade Das war eine Ulti Aber Boah, ich hab die voll getroffen Ist halt blöd, dass man selber Äh, Leben verbraucht Um Fähigkeiten zu machen Äh, Cutter, überlebst du das? Nee Nee, die kommt gleich mit ihrem Raketensprung hinterher Ja Nein Ach, Brent Hä, Brent läuft hinterher, weil er den Kill nicht stehlen will Ist ja geil Aber er hat dafür keinen Assist gekriegt Ja Naja Ohohoho, bitte Das ist meine Ulti Echt? Jetzt erst? Ja, ich bin dreimal gestorben So, ich bin viermal gestorben und hab sie schon Aber du hast Kills und Assists, ne? Ja, fünf Ich hab einen Assist Okay Power is down Welcher? Scheiße, nicht ganz down Ey, der Junge ist so oberbös, das gibt's gar nicht Doch, Power is down Nice Oh, ab von mir Go away Scheiße Da, Sijuani Kommt zum Mundo Nein, jetzt kommt da Jax an Super Ich hätt die so gekriegt Ich mach immer Timo die Vorlagen Das ist so scheiße Ganz ehrlich Ich geb Timo immer hier irgendwelche Vorlagen Alter, Jax bist du blöd oder so Und ich krieg noch nicht meinen Assist Ich bleib jetzt erstmal hier und warte Hey Hey Den Sijuani-Vorlage hab ich ihm so schön gegeben Aber jetzt wird gefnudelt Ich hab den Timo so gefiedet, was geht Der hat 9-1 Der Junge hat 9-1 Ich geh immer für ihn drauf Fünfmal Windshow für ihn gestorben Nur damit er überlebt Und seine fucking 9-1 kriegt, ey Und die Rastung Fünfmal Windshow für ihn gestorben Draven So Wo sind Tristaner da? Was? AP Tristaner Alles klar Hab ich kein Problem mit Na klar Wie, ich treff nicht Das geht gar nicht So ein Scheiß Heil dich an dem Scheiß Heil dich an dem Scheiß Ja, Schilmer Wir gehen schon zu deinem Turm, ey Gott Du bist so still, was los? Das ist sauschwer hier Diese Graben überhaupt Bisschen hinzukriegen gegen die beiden Gegner Und deswegen bin ich so still Ach so Stimmt, eigentlich müsste ich mehr sagen Hm Das ist doch der Sinn eines Let's Base Trotz Konzentration Also wir gehen jetzt Oh shit, wir haben kein SS gesagt Ich aber Ey Timo, du bist so böse, ey Oh Da, 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 da So Scheiß 48 Gold Ähm wir haben gleich den zweiten tower einmal gekratzt bedingt das drauf wir haben das ist mein lieber sicher gemacht wir haben schon zwei Türen und Bord wir haben auch gleich ein ein aber zwei Tauer wirklich innerhalb von 17 die Gegner die uns dauernd killen in Form waren ich krieg wurde nicht auf die Reihe Trollen oder nur durch die Grunde nicht auf die Reihe Lalalalalala Dons Todeshauben wo sehe ich nicht bei dir ich bin gerade auf weiße zu kommen ich sehe nur ein Morellononicum 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 You are right I am ever right I am right da haben wir jetzt noch einmal ein Hahahaha das ist ein Reich sag ich doch war schlecht Mann, an Niederley draufgegangen, wie schlecht bin ich Leben Da ist Niederley Toll Ah, lol Na klar Dreifach Flittung Vierfach Oder? Dachte ich Dreifach Ass Ass? Ne Sichuanie und Jax fehlen Ne, Sichuanie Ich hab meine Ulti schon wieder Die hat nur 22,2 Sekunden Abfängezeit Ja Nice Die hier ist alles Stunt, ey Nice Was? The fuck Ich hab getroffen Ich hab die dadurch gekillt, dass mein Grab sie einfach nur getroffen hat, nicht dass er angezogen hat, denn der macht ja allein schon 421 Schaden Nein Timo Mein Grab macht so 421 Schaden, einfach so Nice Weil ich 121 Fähigkeitsstärker habe So, jetzt gehen wir dafür Los geht's Go Go Nein Nein, meine Vasallen Nein, du bist schneller Arschloch Hast du Schuhe? Nein, du hast Ja, Schuhe werden überbewertet Hast du recht Genau Ja Ja I'm running I'm the runner Du ziehst dir wahrscheinlich gleich ein Vasallen ran Das war deine Ultra Die hat nur 20 Sekunden Abfängezeit Oh, Mann Oh, Mann Das war geil, das war geil Ach, komm Komm, komm, ich mach mal hier so Was, so Ich bin auf dem Weg zum Beschwörer Platon, der Gegner Ding, ding, ding Ding Ding, 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 ding Ich muss das unterbrechen Spam, spam, spam So Ach du Scheiße, was geht bei euch ab? Keine Ahnung In dem Fall was Böses Terminiert Ach, Mann Mundo, Cutter, Blitz Crank So lange es eben dauert Hä? Ja, klar, machen wir Blitz Ne, Blitz Blitz, 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 Crank Achso Ergen, ja, 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 ja Stimmt Ja, genau, hier Mundo gehen, wo er will Mundo wollen top Weil top Weil top Power angegriffen werden Mio 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 Ach ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen Irgendwie ist es gerade Irgendwie läuft es so Was, du watschelst? Guck dir mal dir einen an, der watschelt Ah, naja Ist ja auch eine Ente Hast du ein Blech an der Ente gefertigt Das sind die alten Autos, ne? Ente Ha, ha, ha Deje vu Deje vu Deje vu Deje vu, was? Das ist die französische Zeichnung Daneben Naja Dann macht Timo ihn platt Alter, guck ihn dir an, wie er gefiedert ist Der wird so gefiedert Ich hab ein Kill Ich hab noch ein Kill Ich hab nur ein Sust gekriegt Mann, mich habt ihr wieder sterben lassen Echt? Meine Ulti macht 500 Schaden So So Backport Guck wie das aussieht bei mir Da dreht sich was Ah, schön Nö Ich will Red Wenn ich ihn krieg Ich hab eine Lebensreaktion von 11,8 Juhu Ich find 4,3 Und 5,5 Mana Juhu Und ich hab zwei Angriffsschaden, ey Ich bin Boss Mondo gehen hier lang So Lalalalalalala Wollen wir mal reimen? Ich hab grad Bock zu reimen Ey, reimen, reimen, reimen Genug gereimt für heute Das sagen die jungen Leute Das war's jetzt erstmal Als es halt steht So, jetzt gibt es nur noch Skills Alter, was ein geiler Reim Das war gerimt 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 Ja, weißt du, das kann nur ich Ich kann nur reimen Oh, Timo hat leichte Probleme, glaub ich Aber das schafft er schon Mein junger Paravan Hey, nice Guck ihn dir an Und der wacht da Alter Hat Stylefootball getötet Komm, der ist aber auch gefiedet mit seinen 15 So, nee, ich brauch Ach, diesen alle bei euch, find ich gut Ja, ja, find ich auch gut Außer Tristaner, die lebten Aber noch push ich hier halt mal ein bisschen Alter, wie Timo abgeht, Junge Ja, klar Ich geh wieder für dich drauf Und du kriegst den Double Kill gleich Oder auch nicht Mann Ich muss weg Ja, glaub ich auch Die haben mehr AP Ach nee, ich muss gar nicht weg Tristana Ach, Jax, scheiße Ich muss weg Komm, den kriegst du aber Hochkant Ja, die kriegst du querkant Ey, guck dir die an Komm Den Tower, den kriegst du vierkant 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 Ich krieg vierkant Scheiße Komm zu Mundo, sagt Mundo Ach ja Moment, wir singen Nee, nein, nein, nein Warte, ich muss mal grad YouTube Und wir geben mal ein Äh Was geben wir denn mal ein? Nurik's Ja, irgendwie eine Karaoke-Scheiße will ich jetzt Nein Ich hasse es zu singen, ehrlich Wie kann man nur gerne singen? Warte, warte Deles, someone take you Kann man jemand schnell Someone take you Ups Baron? Ja? Ich versuche Dragon zu machen Team hat 321 AP Hm, gut Team hat 15 Du musst doch singen, gell Du musst doch singen, gell Du musst doch singen, gell Scheiße Warte, ich kann nur teilen Und ich möchte dich To hold back And hide Bäh Or hide From the light I had to turn Wow, Alter, zu schnell Hier zu schnell Warte, ich probier's nochmal Alter, nächstes Lied Was haben wir noch? Bruno Mars When I was your man Your man Easy kill Der war leicht Der war so leicht But it feels just a little bit bigger Our song on the radio But Ich hör nichts Ich will auch eigentlich nichts hören Die sind so leicht zu killen Ehrlich Mittlerweile Ja, das geht Ich sag nichts Ich schaff's zwar nicht Weil ich nur 3 Kills habe Und den Timo die ganze Zeit gefeiert hab Moment Need nur Nummero dos Shine bright like a diamond 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 Vielen Dank fürs Zuschauen Alles wie immer Hat Spaß gemacht Ja, wenn ich's Singstunde vorbei Ich guck, ob's das wirklich gibt Let's sing oder let's dance Oder sowas Das machen wir Ja, natürlich gibt's das Knallhart machen wir das Okay, danke fürs Zuschauen Bis jetzt Wir sehen uns nicht So, ne wieder Tschüss Maple Vielen Dank.